Bitteschön, Herr Kabelmeister. Baba, Baba, Monika, Helena, Angelika, Susi, Moni, Lu, Silu, Lisse, Kelly, Billy, am Eben-Tini. Manche Männer sitzen gern im Casino und spielen die ganze Nacht. Manche Männer stehen auf Video-Horror-Action-Krimi, bis der Tag erwacht. Es gibt auch Männer, die sind ganz verrückt nach Skat. Manche Möten heiße Öl, wie ein Motorrad. In Kneipen hat der Männer schon die Nacht durchgezählt. Und ich hab ne Spreche fürs weinliche Geschlecht. Baba, Monika, Helena, Angelika, Susi, Moni, Lu, Silu, Lisse, Kelly, Billy, am Eben-Tini. Manche Männer waschen gern ihr Auto schrumpen heftig, bis die Haube blitzt. Die Haube blitzt. Manche Männer machen Bodybuilding, stemmen hecht, bis die Glatze schnitzt. Die Glatze schnitzt. Es gibt auch Männer, die allein auf Fußball stehen. Manche Männer tun so geil mit Hundi-Gassi gehen. Es gibt sogar Theaterfans, Goethe, Schnitzler, Brecht. Und ich hab ne Spreche fürs weinliche Geschlecht. Baba, Monika, Helena, Angelika, Susi, Boni, Lu, Silu, Loli, Selle, Bibi, und Baby-Tini. Und kommen sie da. Und Baby-Tini. Und kommen sie da. Wow, was bin ich heut bloß für einen. Geil. Typ.